Was ist das Gebot der Stunde? Ja, das ist ja geil. Homeoffice, das Gebot der Stunde. Aber wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, dass man sich unter simplen Bedingungen fit hält. Wie das geht, sage ich euch gleich. F ん. W W W W W Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.